Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Das Thema ist schon genannt. Ich möchte ein bisschen das Panorama aufbauen und Herr Rempe wird dann aus seiner Arbeit ein Fallbeispiel im Detail beleuchten. Was wir Ihnen hier erzählen, sind Berichte gewissermaßen aus der großen weiten Welt. Ja, hier fehlt jetzt schon ein schönes Bild gerade. Warum, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das ist der einzige Fall. Sonst müsste ich doch wieder meinen Stick verwenden, Herr Scharnbacher. Also wir haben, das sind Elemente, die wir Ihnen hier vortragen, die wir zuletzt und auch demnächst in verschiedenen Kolloquien vorgetragen haben oder noch vortragen werden. Das erste, wo das Bild fehlte, war ein Panorama des deutsch-italienischen Studienzentrums der Villa Vigoni am Comersee, wo wir vor kurzem ein internationales Kolloquium hatten. Und im Mai werden wir Dinge, die wir Ihnen hier berichten, auch auf dem internationalen Archäologenkongress, der in diesem Jahr in Bonn und in Köln stattfinden wird, vortragen. Also Nachhaltigkeit der Griechen, darüber war ja letzte Woche in dem Vortrag von Frau Scheer schon die Rede. Und sie hat auch ein ganzes Panorama schon eröffnet, das von der Erde über das Wasser bis zu den landwirtschaftlichen Produkten reichte, mit denen vor allen Dingen in den Heiligtümern oft sehr bewusst, wenn nicht nachhaltig umgegangen wurde. Natürlich kann man auch noch an anderes denken, an Mineralien etwa, an Salz oder Schwefel oder an die Metalle, an Silber, an Bronze, an Kupfer, an Eisen natürlich. Und davon, von Silber zumindest, wird auch gleich die Rede sein. Nämlich, wenn ich jetzt den Reigen eröffne mit einer kurzen Introduktion, die sich nach Athen und Attika und speziell nach Laurion wendet. Dort in Attika gibt es in der Klassik, vor allen Dingen im vierten Jahrhundert ist das sehr gut dokumentiert, ein reiches System, Siedlungssystem von dezentralen Siedlungen, von Bauernhöfen, Einzelgehöften, die sich in der Landschaft verteilen. Hier ist ein Modell, das jetzt nicht aus Attika ist, sondern aus Sizilien, aber das im Modell sehr anschaulich macht, diesen Hof, den viele dieser Gehöfte hatten und die Wohn- und Lager- und Arbeitsbereiche, die zu so einem Geheft gehört haben. Wenn Sie dann attische Gehöfte direkt angucken, wie hier oben links in einem Modell, dann sehen Sie schon etwas, was sehr charakteristisch ist für Attika, nämlich die Terrassenwirtschaft. Sie sehen hier unten links und rechts zwei Pläne von solchen Gehöften der klassischen Zeit, die also praktisch die ökonomische Grundlage für die klassische Kultur in Athen gebildet haben. Und bei diesen Gehöften haben Sie diese künstlichen, anthropogen hergestellten Ackerbauterrassen. Athen hatte ja immer das Problem, dass es letztlich zu wenig Getreide produzierte. Es war abhängig von Getreideimporten, vor allen Dingen aus dem Gebiet des Schwarzen Meeres. Die Schiffe mussten durch die Meerengen vom Schwarzen Meer in die Ägäis fahren und das war immer strategisch, politisch ein Problem, diese Meerengen offen zu halten. Das war die Achillesferse Athens. Und deswegen versuchte man, das Ackerland zu erweitern, indem man sonst nicht ackerfähige Hänge von Bergen terrassierte, um auf diesen Terrassen insbesondere Getreide anzubauen. Das ist also sozusagen ein sorgfältiger Umgang mit den Ressourcen, mit der Ressource Erde. Man versucht, die Ressource zu erweitern, um weniger abhängig zu sein von diesen Importen. Sehr nachhaltig ist es nicht gewesen, weil diese Besiedlung mit Einzelgehöften vor allen Dingen im südlichen Attika nach dem vierten Jahrhundert bereits wieder aufhört und die Ackerbauterrassen nicht mehr benutzt werden. Wir befinden uns also mit diesen Gehöften, den bekannten Gehöften, häufig hier im südlichen Teil. Und dorthin führt uns nun auch der Aspekt des Silberbergbaus, der sehr interessant ist für die Frage der Nachhaltigkeit. Wir sind also in der Nähe von Kap Sunion. Ich habe Ihnen hier den Poseidon-Tempel und den berühmten Sonnenuntergang in kleinen Fotos dazugestellt. Und Sie sehen, dass hier im gebirgigen Mittelteil des südlichen Attika eine große Zahl von Silberminen sich in der klassischen Antike befunden hat. Silberminen, die nicht nur ausgebeutet wurden, um Geld in Athen zu prägen, sondern man weiß heute, dass zum Beispiel auch das Geld, das in Sizilien geprägt wurde, von attischem Silber aus Laurion zum großen Teil hergestellt wurde. Ich werde Ihnen gleich einen Befund zeigen in einer Hafenbucht, die nun zufällig Panormos heißt. Das ist also der antike Name der heutigen sizilianischen Hauptstadt Palermo, aber das ist eben Panormos, ein häufiges Toponym, das sich im Mittelmeerraum findet. In diesem Laurion-Gebiet gibt es nicht nur Schächte, sondern in sehr, sehr großer Zahl, das sind Hunderte, sondern es gibt auch eine sehr, sehr große Zahl von Anlagen, die zur Verarbeitung des Silbererzes diente. Der erste Schritt der Verarbeitung waren diese Wäschereien und ich zeige Ihnen hier ein restauriertes Beispiel, das unsere belgischen Kollegen, mit denen wir dort auch kooperieren, in der antiken Siedlung von Torikos restauriert haben. Das nächste Bild zeigt Ihnen, wie das funktioniert. Das Erz wird also zunächst gemahlen und in kleine Stücke und diese kleinen Späne vom Erz werden hier in diesen rundherum laufenden Wasserkanal getan und dort schwimmt das Silber auf, während das Erz absinkt und das Silber kann dann hier herausgesiebt werden und kann auf dieser Fläche in der Mitte getrocknet werden. Das Wasser jedoch läuft am Ende wieder in ein Sickerbecken, nämlich hier und wird von dort zurück in das Ausgangsbecken geschöpft und wird von dort recycelt, wieder benutzt. Das ist auch dringend notwendig, denn der Wasserbedarf ist enorm und der Wasservorrat ist auf das begrenzt, was die winterlichen Regen in Griechenland, in Attika an Wasser auf die Erde bringen. In dem zentralen Hochland Südattikas gibt es ein Tal, das Suresatal, von dem Sie hier eine Detailansicht sehen, in dem wir uns im letzten Jahr eine ganze Siedlung von solchen Silberwäschereien angeschaut haben. Dort sind also im Hintergrund ist hier wieder genauso eine Wäscherei dieses Typs, den ich gerade Ihnen erklärt habe und hier im Vordergrund ist eine riesige Zisterne, die zweigeteilt ist. Es ist am Anfang dieses runde Sickerbecken und dann das große Reservoir, aus dem das die Silberwäscherei ihr Wasser bezogen hat. Und solche Zisternen sind in diesem Tal in sehr großer Zahl. Das Tal ist günstig, weil es von einer kleinen Hochebene einen Wasserabfluss bildet, über den in den Wintermonaten der Regen das Regenwasser hinunterläuft und hier eben aufgefangen werden konnte. Sie sehen, dass mit dem Wasser, das in großer Menge hier benötigt wurde für diese antike Silberindustrie, offenbar sehr nachhaltig umgegangen wurde. Man musste nachhaltig damit umgehen, denn man konnte nicht Süßwasser von woanders heranschaffen. Es gibt keine großen Quellen in der Umgebung und man konnte auch keine Druckwasserleitung hier herauflegen. Anders verhielt es sich dagegen mit dem zweiten wichtigen Schritt, nämlich der Verhüttung. Und für die Verhüttung des Silbererzes braucht man natürlich große Mengen von Holz. Und wenn Sie heute dort genau diese Landschaft anschauen, das ist praktisch an derselben Stelle aufgenommen, dann sehen Sie dort ganz viele Halden. Das sind überwiegend antike Halden, nur wenige moderne Halden. Und Sie sehen einen Baumbestand, der maximal 20 Jahre alt ist. Das ist ein Ergebnis von Wiederaufforstungen, die in den 90er Jahren begonnen haben. Davor, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, war dieses ganze Gebiet baumlos. Und das wahrscheinlich seit der Antike. Denn die Bäume waren bereits in der Antike für die Silberverhüttung verwendet worden. Das hatte zur Folge, und damit kommen wir jetzt in diese Meeres- und Hafenbucht von Panormos. Das hatte zur Folge, dass die Verhüttung aus den Abbauzentren an die Küste verlagert werden konnte. Hier an dieser Panormos-Bucht gibt es ein ausgegrabenes, langgestrecktes Gebäude mit verschiedenen Kammern. Hier sehen Sie einen Plan. Und in einigen dieser Kammern sieht man oder sah man nach der Ausgrabung noch sehr schön die starken Brandspuren von der Silberverhüttung. Hier haben Sie ein Luftfoto. Diese Verhüttungsanlage befindet sich dort, direkt an der Küste. Und als wir nach deren Besichtigung ein Bad nahmen, konnten wir mit den Füßen unter Wasser die Reste der antiken Hafenmohlen in diesen Bereichen erfüllen und jedenfalls wiedererkennen, die auch in der Literatur Eingang gefunden haben. Offenbar ist hier Folgendes passiert. Man hatte kein Brennholz mehr im Bereich, wo das Erz abgebaut wurde und aus den Schächten herauskam, sondern man begann, es heranzutransportieren. Und das Holz, also man brachte das Erz von den Abbaustellen an die Küste, brachte per Schiff Holz von Nordgriechenland in diese Hafenbucht und verhüttete es dort. Fazit, mit dem Holz ging man nicht nachhaltig um, sondern man musste die einmal abgewirtschafteten eigenen Bestände dann durch importiertes Holz ersetzen. Dazu verlagerte man die Verhüttung an die Küsten. Jetzt will ich kurz innehalten, bevor ich auf die Landwirtschaft zu sprechen komme und will den Blick auf den Aspekt Natur und Kultur richten. Das ist natürlich bei den Griechen eine spannende Sache, Ressourcen und Skulptur der Parthenon und die Umwelt. Dieses hier ist ein Blick in die Landschaft im Inneren der Insel Naxos auf den Kykladen und da sehen Sie oben die weißen glänzenden Marmorbrüche. Hier sehen Sie Abraum aus dem Marmorabbau und diese Präsenz von Marmor auf den Kykladeninseln. Da haben Sie die Karte mit den eingekreisten Kykladeninseln. Die Präsenz von Marmor hier, die Ressource Marmor führt eben schon in der Prähistorie im dritten Jahrtausend zu einer beachtlichen Marmorskulptur. Diese Kykladenidole können bis zu 1,50 Meter etwa groß sein. Entscheidend dafür ist das Vorhandensein der Ressource Marmor. Das setzt sich natürlich fort nach der Entstehung der griechischen Großplastik mit der naxischen, kykladischen Großplastik. Besonders schön kann man das sehen an den im Steinbruch liegen gebliebenen Kuroy, Jünglingsstatuen. Die sind liegen geblieben, weil man, nachdem man schon einiges ausgearbeitet hatte, eben feststellte, dass der ausgewählte Block brüchig war. Auch das wäre nicht denkbar gewesen, ohne das Vorhandensein der Ressource Marmor auf diesen Inseln. Genauso wenig wie die Marmor-Architektur, die griechischen Tempel. Und ich zeige wiederum auf der Insel Naxos den niemals fertig gewordenen Apollon-Tempel vor dem Hafen der antiken und modernen Stadt Naxos, den wahrscheinlich der Tyrann Lykdamis hier hatte errichten lassen. Immerhin ist die Eingangstür, die Türlaibung, der Türsturz und die Schwelle sind fertig geworden, sind nicht ganz fertig geworden, aber sind aufgerichtet worden und stehen dort bis heute als Wahrzeichen der Insel alles aus Marmor. Und man kann auch auf das nahe Delos hinüberblicken, wo das kultische, religiöse Zentrum der Kykladen im Apollon-Heiligtum und dann des attestelischen Seebundes gewesen ist und an den großen fünf Meter hohen Apollon-Kuros denken, der dort im Heiligtum in der Antike gestanden hat, von dem heute diese Reste noch da sind, der Hüftpartie hier links und des Oberkörpers von hinten gesehen, das ist der Rücken mit den Haaren, mit den langen Haaren des Apollon, alles aus Marmor und aus Naxos mit Schiffen herübergebracht. Die Ressource Marmor war entscheidend dafür, dass das ging. Das Verhältnis Religion, Mythos, Kunst und Natur kann man, und das hat Frau Scheer letzte Woche schon erwähnt wunderbar, am Westgiebel des Parthenon sehen. Das ist genau der hier abgewandte Giebel des Athena-Tempels oben auf der Akropolis. Hier haben Sie eine Zeichnung aus dem 17. Jahrhundert, die den ruinösen, damals schon ruinösen Zustand zeigt, darüber eine archäologische Rekonstruktion. Das Thema ist der Wettstreit zwischen Poseidon und Athena um den Besitz von Attica und beide schaffen Ressourcen. Poseidon schafft eine wenig nützliche Ressource, Salzwasser, der Gott des Meeres. Athena schafft eine sehr nützliche Ressource, den Ölbaum und gewinnt dadurch den Wettstreit. Beide mythologischen Erinnerungen werden kultisch an der Nordportikus des Erechtheion auf der Akropolis kommemoriert. Der Salzquell in der Portikus und um die Ecke rechts im Bild sichtbar der Ölbaum, der heilige Ölbaum, den Athena gepflanzt haben soll. Also Ressourcen und Kunst und intellektueller Diskurs, Umwelt und Religion, das haben wir letzte Woche schon gesehen. Nun aber Umwelt und Siedlungssystem, Umwelt und menschliche, ökonomische Aktivität. Damit kommen wir nach Sizilien und einigen Beispielen aus unserer Arbeit dort. Ich werde Ihnen Beispiele zeigen aus Gela an der Südküste, aus dem gebirgigen Hinterland von Aggregent, den Monti Sicani und schließlich aus Camarina. Darauf wird Herr Rempe eingehen im Südosten. Der Insel. Was machen wir dort? Zunächst mal sammeln wir großflächig Scherben, Keramik auf. Hier sehen Sie Studenten, die das machen auf einem hohen Berg. Das sind zum Teil große Mengen von Keramik, zum Teil sehr schöne Fragmente. Manches stark fragmentiert, aber vieles gut sind deutbar und datierbar, sogar kleine Skulpturen, wie Sie unten rechts sehen können. Natürlich kommt viel Technik zum Einsatz, auch wenn die Nase des Archäologen häufig das beste Indiz bildet. Vor allen Dingen GPS, Handgeräte und hochfeines geodetisches GPS, um Funde auf den Karten zu lokalisieren. Ultraleichtflugzeuge. Sie werden einige Fotos sehen und auch geophysikalische Instrumente, die wir zusammen mit dem Seminar für Uhr- und Frühgeschichte der Fakultät für Geowissenschaften und der Fakultät für Physik hier in Göttingen nach Sizilien gebracht und dort erfolgreich eingesetzt haben. Zunächst ein Blick nach GELA. Das war das erste Projekt, was wir dort noch von Bochum aus durchgeführt haben. Dies ist eine Landkarte, die Ihnen die Umgebung von GELA zeigt. Hier liegt die antike und moderne Stadt GELA und dieser Bereich, wo die vielen bunten Punkte sind, ist der Bereich, den wir belaufen haben und in dem wir nun also auf 150 Quadratkilometern, 277 Pfundstellen circa 100 solche Gehöfte, Heiligtümer, Steinbrüche, griechisch-römische Nekropolen, prähistorische Gräber und so weiter identifiziert haben und daraus eine Geschichte dieses Landstrichs im Jahre 2010 publiziert haben in drei Bänden. Und in der Statistik sind mehr als 300.000 Scherben registriert worden. Es ist möglich, aufgrund solcher Begehungen solche Phasenkarten zu zeichnen. Ich zeige Ihnen das mal hier für den Fall GELA. Das ist jetzt genau die Phase, als die griechische Stadt GELA im siebten Jahrhundert vor Christus von Siedlern aus Rhodos und aus Kreta gegründet wurde an der Südküste von Sizilien. Das ist die früheste Phase, das ist das sechste Jahrhundert vor Christus und das ist ein Prozess, der nicht ohne Enttäuschungen abgeht. Es sieht aus wie ein dynamischer Prozess. Am Ende ist er das natürlich auch, aber es gibt auch Siedlungsversuche, die scheitern. Jedenfalls greifen die Siedler von GELA schnell in ein weites Territorium aus. Das hier ist das vierte und dritte Jahrhundert vor Christus, das die dichteste Besiedlung in vielen Bereichen des Mittelmeerraumes und auch hier erbringt. Ich will jetzt hier vor allen Dingen den Aspekt der Sedimentation an den Küsten ansprechen, der dort besonders untersucht worden ist. Heute ist das eine gerade Küste, aber durch Bohrungen mit einem Handbohrgerät konnten wir feststellen, dass in prähistorischer Zeit hier tiefe Buchten gewesen sind. Also das hier ist die Situation in prähistorischer Zeit, darunter sehen Sie die Situation etwa in dem Moment, als die Griechen ankommen und die grünen Punkte sind also griechische Siedlungen, die roten Punkte sind prähistorische Siedlungen. Sie sehen, dass die Buchten noch da sind, aber kleiner geworden sind. Es ist zum Teil zu sedimentiert und Sie können eben auch verfolgen, wie das Siedlungsbild dieser Sedimentation folgt. Oben sehen Sie jetzt die Situation in spätrömischer Zeit, wo fast die gerade Küstenlinie, die man heute hat und die Sie ganz unten sehen, erreicht ist und Sie sehen auch, dass in dieser Zeit nun dieses frische und neu entstandene Land, wo vorher mehr war, mit Siedlungen tatsächlich besetzt wird. Die unterste Karte zeigt Ihnen also die aktuelle Küstensituation und zeigt Ihnen die Punkte, an denen hier gebohrt worden ist. Es ist also offensichtlich so, dass der Mensch mit seinen Siedlungen den Veränderungen der Landschaft folgt, ohne hier direkt Einfluss nehmen zu können auf diese Entwicklungen, obwohl natürlich es auch klar ist, dass zum Beispiel Ackerbauweisen oder auch das Abholzen von Wäldern im Hinterland Konsequenzen für die Situation an den Küsten haben kann. Also das können auch anthropogen provozierte Veränderungen sein. Jedenfalls in der griechisch-römischen Zeit muss damit gerechnet werden. Jetzt gehe ich etwas weiter und gehe zu einem Vergleich zwischen dem, was ich Ihnen schon gezeigt habe aus Cela und dem, was ich Ihnen gleich noch zeigen werde im gebirgigen Hinterland von Agrigent, also etwas weiter westlich in Sizilien. Wenn Sie weiter vorne sitzen, können Sie unten die beiden Kreise sehen. Rechts rot ist Cela, links ist das Hinterland von Agrigent, blau. Und was erstaunlich ist, ist, dass hier natürlich unabhängig von lokalen Abweichungen in verschiedenen Bereichen die Gesamtdichte von Siedlungen, die wir dort festgestellt haben, erstaunlich gleich ist. In Cela 1,5 pro Quadratmeter und in Aggregent, wo es sehr gebirgig ist, zwischen 1,2 und 1,9 pro Quadratkilometer, je nachdem, wie man rechnet. Aber, sagen wir mal, die Größenordnung ist eben doch sehr vergleichbar, obwohl in diesen Karten der Hangneigungen, die Herr Rempe erstellt hat, deutlich sichtbar ist, dass im Hinterland von Agrigent links viel mehr gelb und rot ist, als in den Ebenen von Cela rechts, wo viel mehr grün ist. Grün bezeichnet eben geringe Hangneigung, gelb und rot, stärkere Hangneigungen. Und das hängt offenbar damit zusammen, dass in dem gebirgigen Hinterland von Agrigent die antiken Siedlungen durchweg sehr genau darauf geachtet haben, dass sie nicht in erosives Areal gekommen sind. Das können Sie an diesem Geländemodell sehen, auf dem die erosiven Zonen in hellblau eingezeichnet sind und in ockergelb die Siedlungspunkte, die dort festgestellt worden sind und die überschneiden sich eben nicht, sondern liegen nebeneinander. Das erklärt, warum man in gebirgigem und in eher flachem Gelände ganz ähnlich dichte Befunde hat. Trotzdem gibt es natürlich, und das hatte ich schon angedeutet, lokal große Unterschiede und das hängt natürlich mit der Qualität des Bodens, aber vor allen Dingen mit der Präsenz von Wasser zusammen. Ich zeige Ihnen zwei konträre Beispiele aus dem Hinterland von Agrigent. Dieses hier ist eine Talschaft, wo alle diese roten Kreise historische Siedlungsstellen verschiedener Zeiten andeuten und Sie können sehen, dass das sehr dicht ist. Dieses Luftbild ist Ende September aufgenommen, also nach einem heißen Sommer und es ist immer noch viel Grün da. Es ist also viel Wasser vorhanden, während in diesem Bereich, da sehen Sie nur drei, vier Kreise, rote Kreise in einem vergleichbar großen Gebiet und Sie sehen, hier ist Ende September eben ganz wenig Grün, es ist überwiegend gelb und braun, weil es sehr trocken ist und also die Präsenz von Wasser ist entscheidend für die Siedlungsdichte in diesen verschiedenen Bereichen. Das kann man also flächendeckend nachverfolgen und kann das dann auch historisch differenzieren. Ich gehe darauf jetzt nicht im Einzelnen ein, sondern lasse einfach ein paar Phasenkarten, das war vorher die Eisenzeit, die eine hohe Dichte an Siedlungen aufzuweisen hat, dann das sechste Jahrhundert vor Christus, das vierte Jahrhundert vor Christus, das neue Formen von den Griechen entlehnt, das Gehöft in dieses küstenferne Hinterland bringt und dann den Hellenismus, mit dem dann schon die Römer bald kommen und wiederum neue Siedlungsformen wie die römische Villa Rustica im Bildfeld erscheint. Dieses hier ist jetzt eine, oder es sind zwei Kurvenlinien, die in Rot die Siedlungsdichte durch die verschiedenen Epochen im Hinterland von Gela zeigt und in Blau die Siedlungsdichte im Hinterland von Aggregent. Und das Interessante, was man sehen kann, ist, dass wir in Gela eine sehr hohe Konzentration in der Bronzezeit haben. Das ist im Hinterland von Aggregent sehr viel geringer, während sich die Verhältnisse in der Eisenzeit umdrehen. Im küstennahen Bereich sind wenig Siedlungen, im küstenfernen Bereich sind viele Siedlungen. Das heißt, die Einheimischen ziehen sich in den küstenfernen Bereich zurück und das gibt den Griechen die Möglichkeit, an den Küsten zu landen, Städte und Gehöfte zu gründen. Und das führt dann eben dazu, dass in der Folgezeit dieser für Gela sehr eminente und hohe Ausschlag an Siedlungsstellen ist eben die griechische Phase. Das ist das siebte, sechste, fünfte und vierte Jahrhundert bis zum Anfang des dritten Jahrhunderts vor Christus. Da gibt es eben eine von den Griechen zu verantwortende sehr, sehr hohe Siedlungsdichte, die auch große ökologische Auswirkungen gehabt haben muss, aber jedenfalls zunächst mal sich sehr deutlich unterscheidet von dem, was bei den Einheimischen in dieser Zeit passiert. Dieses sind nun aber keine ökologisch motivierten Verhältnisse und Entwicklungen, sondern es sind gewissermaßen anthropogene Entwicklungen. Damit komme ich jetzt zu dem dritten Bereich in Sizilien, nämlich Camarina im Südosten der Insel und Fragen, die die Archäologie an die Naturwissenschaften stellen könnten. Dort, also hier sehen Sie die Küste von Camarina, Camarina liegt hier, das ist ein Foto von vor ein paar Wochen im Anflug auf den Comiso-Flughafen und hier sehen Sie die beiden Flüsse, die gleich noch eine Rolle spielen, den Hippari und den Oanis hier und die Chora, das Territorium, das heute sehr stark mit Frühgemüse und Golfplatz und so weiter belegt ist. Dahinter die ansteigenden Monti Iblei. Dort gründen die Griechen, die ursprünglich von Syrakus, dem benachbarten Syrakus kamen, am Anfang des 6. Jahrhunderts eine Stadt und im Anfang des 5. Jahrhunderts 461 gibt es eine literarisch überlieferte Neugründung, zu der dieses regelmäßige Raster der Stadt gehört und auch eine regelmäßige Landaufteilung, die Sie hier sehen können, in der nun verschiedene Bauerngehöfte ganz kurz vor der Stadtmauer angesiedelt sind. Das hier ist eines dieser Bauerngehöfte des 5. und 4. Jahrhunderts mit einer kleinen Nekropole dabei, das Modell hatte ich Ihnen schon gezeigt und dort haben wir nun unsere Recherchen und unsere langen Spaziergänge in den Monti Sicani, haben wir auf 1.000 Kilometer gekommen, haben wir erweitert und haben also zum Teil bisher und dokumentierte und ganz neue in vielen Fällen Fundstellen ausgemacht. Ich zeige Ihnen hier einen Fundplatz, Bellaccio, der gleich auch bei Herrn Rempe noch eine Rolle spielt, wo wir an der Oberfläche hier und auch dort Mauerzüge feststellen konnten. Im weiteren Bereich scheint auch etwas unterirdisch noch zu liegen und einen sehr dichten Scherbenbefund hatten wir dort. Jetzt ist es so, dass in diesem Bereich mit der regelmäßigen Landaufteilung, da sind also ausgegrabene Reste von Bauernhöfen, die hier grün aufgezeichnet sind und die liegen alle in der gleichen Achsausrichtung, während diese Mauer, die wir hier gerade gesehen haben, liegt in einer anderen Achsausrichtung. Daraus kann man erkennen, dass dieses regelmäßig aufgeteilte Land nur einen relativ kleinen Bereich erfasst hat, während das Siedeln in Einzelgehöften offensichtlich noch darüber hinausging, aber dann in einer weniger strikten und wahrscheinlich weniger intensiven Art. Wir haben noch einen anderen interessanten Befund in diesem Kontext gemacht, der hier durch den Kreis eingezeichnet ist. Ein Fundplatz mit extrem reichem Feinkeramikbefund, auch importierter aus Griechenland, aus Athen importierter Keramik, wie es charakteristisch ist für griechische ländliche Heiligtümer. Und in der Tat, in einem glücklichen Moment wurde ein Skulpturfragment gefunden, das Sie hier in verschiedenen Ansichten sehen, aus Marmor, das sehr fein gearbeitet ist. Sie sehen hier eine Schulter mit einem Schlüsselbein und hier einen Halsansatz und hier den Ansatz der Brust. Das Ganze ist von unten so gearbeitet, dass es wahrscheinlich auf ein Holzgerüst montiert werden konnte und Sie sehen hier an der Schulter eine Aufrauung, die möglicherweise dazu diente, um ein Bronzeattribut darauf zu befestigen. Solche Konstruktionen gibt es häufig in der Archaik und Klassik bis in den Hellenismus hinein. Sie sehen links ein entsprechendes Objekt aus Süditalien, aus Kalabrien, das sich im Museum von Reggio di Calabria befindet. Und es handelt sich dabei um eine Akrylit-Statue, also eine Statue, die auf ein Holzgestell mit Marmorelementen, Bronze-Elementen, aber auch Stoff errichtet wurde und meistens waren diese Statuen Kultstatuen. Wir haben dann an dieser Stelle Geophysik betrieben und haben in Teilen rechts im Bild wenig Befunde, aber links im Bild kamen plötzlich Anomalien heraus, die gerade Linien zeichneten und hier ist noch ein Bild von einem Georadarversuch drauf, der ein etwa quadratisches, wenige Quadratmeter großes, vielleicht kleines Sackelum zeigt, dass es möglicherweise lohnt, in der nächsten Zukunft einmal auszugraben. Das heißt, oder zumindest in einer Sondage zu überprüfen, das heißt, wir haben direkt angrenzend an dieses intensiv genutzte Land das, was es immer gibt in der griechischen Landschaft ein Sakralort, zumindest sehr wahrscheinlich nach den Oberflächenfunden. Was nun aber sehr spannend ist, ist eine Verschiebung der Siedlungsintensität zwischen der griechischen und der römischen Phase. Dieses hier sind die Fundplätze mit griechischem Material. Je weiter nach rechts nach Osten man kommt, desto dünner werden diese Befunde. Die Hauptbefunde sind in diesem roten Zirkel im westlichen Bereich. Dagegen sind die römischen Befunde mehr in diesen Bereichen und damit kann man eben eine Verschiebung der Siedlungsintensität von der griechischen zur römischen Zeit von West nach Ost konstatieren, durch den archäologischen Befund. Und das ist nun die Frage, warum das der Fall gewesen ist. Das führt uns auf naturwissenschaftliche Untersuchungen, über die Herr Rempe jetzt berichten wird. Ja, vielen Dank Herr Bergermann und Herr Reitemeier. Herr Bergermann hat jetzt schon eingeführt in das Gebiet, in dem wir uns bewegen. Also das ist, wie gesagt, Kamerina hier im Südosten der Insel. Herr Bergermann hat auch sehr schön schon das Gebiet eingeordnet. Das ist nämlich hier der Fluss Iperis und hier unten der Fluss Oanes. Hier ist der Stadtzügel und dazwischen bewegt sich eben diese intensiv genutzte landwirtschaftliche Zone. Im Fokus meiner Studien steht, inwieweit sich die Antikensiedler in Kamerina nachhaltig verhalten haben. Genauer gesagt, ob sie sich suffizient oder effizient benommen haben. Heute zeige ich erste Erkenntnisse aus Kamerina. An der Küste, das muss ich noch dazu sagen, das hat Herr Bergermann vorher nicht gesagt, haben wir in rezenter Zeit Dünenbildungen, die das antike Bild ein bisschen überprägen. Und die Gegend um den Iperis ist heutzutage auch stark landschaftlich überprägt, sodass das antike Bild da nur sehr schwierig zu rekonstruieren ist. Die beiden Ströme sind sehr alte Flussverläufe, die sich schrittweise tiefer in die Landschaft eingeschnitten haben und dabei auch Flussterrassen gebildet haben. Und heute weisen sie eine sehr schwache Strömung auf und ein relativ seichtes Flussbett. Noch einige Eckdaten zu dem Untersuchungsgebiet, das seit dem Quarzär keine größeren geomorphologischen Prozesse mehr durchlaufen hat und seit dem Holozenen klimatisch und geologisch relativ stabil ist. Die Temperatur beträgt im Jahresdurchschnitt 18 bis 19 Grad Celsius und der jährliche Niederschlag bewegt sich zwischen 501 und 550 Milliliter. Zwar sind gesellschaftliche Diskurse zur Nachhaltigkeit für das antike Kamerina nicht direkt überliefert. Die fünfte olympische Ode des Pindar weist jedoch auf planvoll umgesetzte kulturelle Landschaften hin. Ich habe jetzt hier mal die ganze Ode abgezogen, für uns sind aber im Prinzip nur wenige Stellen entscheidend. Das ist anlässlich eines olympischen Sieges eines Bürgers aus Kamerina von Pindar oder wird dem Pindar zugeschrieben. So spricht Pindar von einer bevölkerungsreichen Stadt, die den Fluss ausnutzt, um Irrigationsnetze zu füllen und Baumaterial zu gewinnen. Diese Irrigationsnetze werden in Gemeindem mit der demokratischen Neugründung von 461 v. Chr. in Verbindung gebracht und hinsichtlich der Errichtung, Instandhaltung und Nutzung dieser Netze werden natürlich wiederholt auch Aushandlungen innerhalb der Gemeinschaft stattgefunden haben. Das in hohem Maße planvolle Vorgehen der Siedler lässt sich archäologisch heute noch klar nachweisen. Das hat Herr Bergermann ja gerade auch schon vorgestellt. Das ist nämlich einerseits die sehr planvolle Anlage der Stadt, also diese sehr rasterhafte orthogonale Anlage einerseits der Stadt, aber andererseits auch der Gehöfte. Der älteren Forschung waren dann auch schon in den Felsen geschnittene Kanäle, Straßen und Zisternen in der Stadt bekannt, die immer wieder durch solche Zeichnungen in Zeitschriften auch publiziert worden sind. Und im Rahmen der Göttinger Forschung konnten dann noch weitere Strukturen unter anderem mittels Drohnenaufnahmen deutlich sichtbar gemacht werden. Also ich habe hier jetzt mal das Drohnenbild mitgebracht, das wir gemacht haben und dann hier eingezeichnet, also man kann das hier relativ gut verfolgen, einmal einen Kanal und dann noch eine spätere Karrenbahn. Und diese Bahn, Kanäle, kleineren Speicher und Zisternen begegneten uns im Untersuchungsgebiet immer wieder. Ich habe hier noch einmal weitere Beispiele in der Chora zwischen Oanes und Iperis. Hier ist nochmal eine Umzeichnung von den Zisternen, so wie sie im Untersuchungsgebiet genutzt werden. Das sind also flaschenförmige Zisternen, die einfach in den anstehenden Fels geschlagen werden. Die sind dann teilweise mit den Kanalnetzen verbunden und werden direkt in bzw. an den Gehöften genutzt. Ehe wir uns weiter den Fragen zu Nachhaltigkeitsbemühungen antiker Siedler in Camarina widmen, soll ein kurzer historischer Überblick noch gegeben werden zur Stadtentwicklung. Also für meinen Teil jetzt ist vor allen Dingen entscheidend, die Blütephase der Stadt ist zwischen 461 v. Christus und 405 v. Christus. Es fanden halt in der Geschichte der Stadt immer wieder Zerstörungen statt und zwei entscheidende Zerstörungen sind halt zum Beispiel 405 v. Christus und 258 v. Christus durch die Römer. Und das schlägt sich dann auch immer wieder in unserem Siedlungsbefund nieder. Die Neugründung von 461, die dann 405 v. Christus zerstört wird, ist eben diese regelmäßige Anlage der Stadt und der Gehöfte. Und besonders deutlich, das hat der Bergermann ja gerade auch schon schön gezeigt, ist halt diese Verschiebung dann nach 405 bzw. nach 250 der Fundstellen hier von der inneren landwirtschaftlich genutzten Zone weiter nach hinten in die äußere Korra. Und da stellte sich ja für uns dann einfach die Frage, ob das möglicherweise mit nicht nachhaltigem Verhalten oder ungünstigen Umweltveränderungen erklärt werden könnte. Die Aushandlungsprozesse zur Nachhaltigkeit manifestieren sich also materiell und landschaftlich. Und der Diskurs, der sich für die anderen Disziplinen möglicherweise schriftlich abbildet, bildet sich für uns in der Landschaft und im materiellen Befund ab. Es ist daher notwendig für uns, die Veränderungen in der Landschaft, in der Umwelt und im Siedlungsbild gemeinsam zu dokumentieren und zu hinterfragen und um sie anschließend zu interpretieren. Um ein Verständnis von der landschaftlichen Entwicklung zu gewinnen, haben wir mit Hilfe eines geografischen Informationssystems ein Modell erstellt, das die erosionsbedingten Ablagerungsraten und Orte in unserem Untersuchungsgebiet simulierte. Dieses Modell sehen Sie hier auf der linken Seite. Das hat Herr Bergermann eben auch schon für Gela und Arigent gezeigt. Also alle Partien, die hier so seicht gelb bis beige angezeigt sind, da finden fast gar keine Ablagerungsprozesse statt. Also da wird weder Sediment abgetragen noch abgelagert. Und man sieht eigentlich recht gut, also wenn man hier das Satellitenbild noch daneben hat, das ist halt wieder der Iperis und hier unten das Flussteil des Oanes. Und die Ablagerungen von Sediment finden eigentlich nur in größerem Maße in diesen dunkelblauen und dunkelroten Partien statt und das sind eben, wie man sich denken konnte vorher schon, die Flusterrassen, wo es halt Hänge gibt und die sind halt anfällig für solche Ablagerungsprozesse. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Sedimentationsraten im gesamten Untersuchungsgebiet relativ gering sind. Darauf aufbauend haben wir dann eine Bohrstockkartierung noch vorgenommen, das ist das rechte Bild, das uns ein besseres Verständnis von der Boden- und Landschaftsentwicklung geben sollte. Und die Bohrstockkartierung bestätigte das Bild des Modells weitgehend. Für mich war überraschend, wie dünn die Bodenschichten teilweise sind. Also wir sind in vielen Fällen wirklich deutlich vor zwei Meter auf das anstehende Kalkgestein dann gestoßen. Und diese Punkte in den unterschiedlichen Farben sind halt jeweils Reihen von Bohrpunkten und eine Reihe hat immer so drei bis sieben Punkte, je nach Zugänglichkeit und Beschaffenheit des Terrains. Hier ist nochmal die Bohrstockkartierung über das Modell gelegt, also da sieht man, dass wir so ein bisschen versucht haben, die hocherosiven Zonen zu umgehen und wir haben auch das Iperital nicht so intensiv beprobt, weil da relativ schnell deutlich war, dass die gesamte Zone mit Küstensand landwirtschaftlich, also mit Küstensand aufgefüllt worden ist, um sie dann landwirtschaftlich zu nutzen, sodass da eine archäologische Rekonstruktion eigentlich zumindest in diesem Gebiet kaum noch möglich ist. Die Proben vor Ort übersetzen sich schließlich in diese Bohrkernprofile, die die Bodenschichten über den meist schon in geringer Tiefe, das habe ich ja gerade gesagt, Festgesteinsschichten visualisierten. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von drei Punkten, die alle auf einer Breite sind, aber in unterschiedlichen Höhen. Also man sieht ja, dass es einmal Oberterrasse, Mittelterrasse und Niederterrasse hin zu Flussauer ist. Bei der Interpretation sind natürlich Kaskadeneffekte zu berücksichtigen, auch fehlen bis jetzt Datierungen, da wir leider nicht das Glück hatten, in den Bohrkern organisches Material zu haben. Aber die Profile scheinen zusammen mit den Grabungsberichten für das gesamte Untersuchungsgebiet und die uns punktuell über die Stärke der nachantiken Schichten informieren, unserem GIS-Modell, was ich eben gezeigt habe, und dem Vergleich zu Ablagerungsarten in nahen Städten aus Sizilien erste Aussagen möglich zu machen. Und zwar sind die Böden Amuanes nach USDA-Klassifikation als Antisola anzusprechen und die gleichmäßige Verteilung ähnlicher Schichten über drei Flussterrassen, die überdies sehr gut sortierte und fein granulierte Sedimente aufweisen, sprechen für natürliche Sedimentationsprozesse, etwa durch normale äolische und alluviale Ablagerungen, also durch Sediment, was durch Winderosion angetragen wird oder durch Flusserosion angetragen wird. Beispiele massiver durch anthropogene Misswirtschaft eingeleiteter Erosionsablagerungen sind beispielsweise aus Griechenland bekannt und ergeben völlig andere Muster. Berühmt sind hier beispielsweise die mächtigen Erosionsablagerungen der bronzezeitlichen Phasen in der Peloponnese, etwa in Tierenz. Abgesehen von wenigen Mikroregionen herrschen in unserem Untersuchungsgebiet hingegen, wie wir hier am Amuanes auch wieder sehen können, nur geringe Sedimentationsraten. Die Böden entsprechen vor allem an den Flussterrassen den typischen Merkmalen mediterraner Böden, insofern sie oft trocken und sehr warm sind, einen nur sehr geringen organischen Gehalt aufweisen und karbonatarm sind. Terra-Rossa-Böden kommen gelegentlich vor und Lehm wird nur in den lagunalen Zonen nahe des Ippari gebildet. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dieses Muster, das sich daraus ergibt, und die Gestalt der Böden auf den Flussterrassen, kann man halt nicht davon ausgehen, dass es sich um menschlich ausgelöste Erosion handelt im Gebiet dieser Flussterrassen. Insofern die Landschaft an den Flussterrassen des Oanes, also nicht massiv gestört worden zu sein scheint durch den Menschen, gilt es für uns natürlich dennoch den Bewuchs für die Antike zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck haben wir mehrere Pollenproben genommen. Zwei Pollenproben haben wir hier in den Flussauen des Oanes-Tals wieder genommen. Und wir haben auch hier im hinteren Tal, das nicht so deutlich modern überprägt ist, zwei weitere Proben zu nehmen. Die waren jetzt leider nicht so ergeblich, aber zumindest die am Oanes-Tal haben gute Sequenzen ergeben, die wir jetzt auch dann in der Auswertung haben. Und dabei standen uns die Forscher aus der Abteilung der Palinologie und der Klimadynamik der Universität Göttingen auch zur Seite. Bei der Auswertung des ersten Bohrkerns wurde anhand einer Kohleresteanalyse deutlich, dass die Phaser der dichtesten Besiedlung für die Antike in die klassische Zeit zu verorten sind. Dies zeigt sich vor allem in der Anzahl der sogenannten Feuerphasen. Das sind die sogenannten Fire-Events hier. Die Ausschläge der späteren Zeit sind eher darauf zurückzuführen, dass das Sediment, das die Kohlereste für uns konservierte, in diesen Zeiten deutlich feuchter war. Also diese Ausschläge hier sind halt darauf zurückzuführen, dass das Sediment in diesen Phasen einfach feuchter ist und dadurch ist quasi eine Verfälschung im Befund, weil sich in den feuchteren Sedimentschichten Kohle einfach besser konserviert. Ausschläge in der klassischen Zeit und in der Zeit der Stadtgründung könnten auch auf Brandrodung hindeuten. Die sogenannte Loss-of-Ignition-Analyse zeigte einen kontinuierlichen Rückgang des Karbonatgehalts und dies deutet auf Trockenlegungen in dem Tal halt hin. Insgesamt wurden für das erste Jahrtausend vor Christus 50 Taxa ausgemacht, also 50 Pflanzenarten ausgemacht. Dabei sind sowohl Sträucher und Gräser als auch wasseranzeigende Pflanzen und Bäume bei der Rekonstruktion des antiken Bewuchses Amoanis einzubeziehen. Die Wasserpflanzen können dabei vom Fluss, aber natürlich auch von künstlichen Bewässerungssystemen her rühren. In jedem Fall ist das Tal in trockenere und feuchtere Zonen zu scheiden und insbesondere für die Klassik ist von einer offenen Landschaft auszugehen. Es ist hier also kein dicht bewaldetes Tal, sondern eher eine durch Anbauflächen und Sträucher charakterisierte Landschaft vorstellbar. In vorklassischer Zeit war das Gebiet hingegen stärker bewaldet und diente womöglich als Weidegebiet. Schauen wir auf die für uns besonders wichtigen Pflanzengattungen. So ist auffällig, dass die Bewaldung bis auf den Ölbaum in der Zeit der Stadtgüte zurückgeht. Also Sie sehen immer hier am Rand die Datierung und die Phase 600 bis 200 ist hier auch immer grau hinterlegt. Die Bewaldung geht also zurück, was auffällig ist, dass wir einen deutlichen Anstieg der Getreidearten und auch der Getreideschädlinge haben. Das wären diese Ausschläge hier und die Schädlinge, zum Beispiel der Weizensteinbrand, der schlägt hier nochmal sehr deutlich aus. Es bleibt allerdings noch zu klären, um welche Getreidearten es sich dabei genau handelt und das wäre dann in einem weiteren Schritt noch mit den archibotanischen Funden in Camerina zu verbinden. Es erscheint jedoch bereits plausibel, von einer Veränderung des Tals hin zu einer landwirtschaftlich relativ intensiv genutzten Zone auszugehen. Ein abermaliger Wandel ist für das Gebiet mit Blick auf den Hellenismus und die römische Zeit angezeigt. Das ergibt sich nämlich aus der Analyse der Sedimente aus der Pollenprobe. Das Tal in der Flussau unterlag einem dynamischen Landschaftswandel. Auf eine lange Phase feuchter, tonhaltiger Sedimente folgten trockene und sandige Schichten, die für eine Entwässerung sprechen, vermutlich eben durch Drainagen oder kontrollierte Irrigation. Und in den späteren Phasen der Stadt zeigen sich wieder deutlich feuchtere Phasen und schließlich auch eine Versumpfung des Gebietes in hellenistischer und römischer Zeit. Eine mögliche Trockenlegung und landwirtschaftlich ausgerichtete Irrigation am Oanestal, die sich in dem Pollenbefund und in den Sedimenten abzeichnet, wird den am Iperis errichteten Irrigationsnetzen ähneln, die wir eingangs schon besprochen haben. Wir haben leider bisher keine direkten archäologischen Zeugnisse für Irrigationsnetze, auch am Oanis. Schauen wir nun einen Moment auf den archäologischen Befund am Oanis. Dazu seien die eben schon genannten Serverflächen Bellaccio, Serverflächen 1 bis 6, angeführt, die sich auf einem Plateau auf der obersten Flusterrasse des Oanis, unweit der Pollenprobe, befindet. Also Herr Bergemann hatte da eben auch schon diese Mauerziegel gezeigt, die wir gefunden haben. Die Pollenprobe ist hier und die Serverflächen Bellaccio schließen sich dann, die Fundstellen Bellaccio schließen sich da dann direkt an. Hier ist mal ein Blick aus der Flussaue. Also man steht hier unten im Flusstal. Die Pollenprobe ist so ungefähr hier am Rand. Und die Fundstellen sind dann hier oben auf der obersten Flussterrasse angesiedelt. Die intensiven Begehungen auf dem Plateau haben Keramik verschiedener Klassen aus der griechischen bis hellenistischen Zeit erbracht. So wurden Fragmente von Feinkeramik, wie etwa eines Giffers gefunden. Wir haben aber auch weitere Feinkeramik, die mit Speisen und Trinken in Verbindung steht, dort gefunden. Einige Keramik, teilweise sogar noch, die bis in das dritte Jahrhundert datiert wird. Daneben wurden aber auch Amphorn gefunden, wie Sie hier auf diesen Beispielen sehen können. Amphorn könnten immer auf Transport oder Handel hinweisen. Also auf eine Kommunikation dieser Kontexte Amoanes mit dem städtischen Zentrum und seinem Markt. Und das ist im Prinzip auch wenig überraschend, weil die Fundstellenbelabschuhe auch in einer Verbindungs- und Sichtachse mit der antiken Stadt liegen. Es fehlen weiterhin auch nicht die großen Lagergefäße. Die Pitoy und hier darf man wohl vor allen Dingen von Speisevorratshaltung ausgehen. Und abgerundet wird der Befund dann von Architekturmaterialien, also zum Beispiel Dachziegeln und der alltäglichen Gebrauchskeramik wie der Kochware und zum Beispiel Lampen. Der materielle Befund im Belaccio sprach also für eine dauerhafte Besiedlung und intensive Nutzung an verschiedenen Stellen auf dem Plateau, wobei die Funktion der Städten vorerst unklar blieb. Aber wir hatten ja dann auch noch diesen Mauerzug entdeckt und uns dann auch entschieden, durch bildgebende Verfahren dieses Gebiet nochmal zu untersuchen. Und das hatte Herr Bergermann ja teilweise eben auch schon gezeigt, dass es dann diese Strukturen zum Vorschein gekommen sind. Hier in Belaccio waren es rechtwinklige Strukturen, die durch Magnometer und Georadar belegt worden sind. Und die sind im Prinzip in der Cora von Camarina hinlänglich bekannt, solche kleinen rechtwinkligen Strukturen. Dabei handelt es sich eigentlich fast immer um Gehöfte. Hier nochmal die Beispiele Jurata und Capodicasa. Wenn man sich nun fragt, was die griechischen Siedler aus dem möglichen Gehöft in Belaccio angebaut haben, so wird man von Getreide, aber auch weiteren Produkten wie etwa Hülsenfrüchten ausgehen müssen. Werden Kriterien der Welternährungsorganisation angelegt, so sind die Böden Amoanes durchaus für verschiedene Getreidearten geeignet. Auch die antiken Agronomen, also die Verfasser landwirtschaftlicher Traktate, empfehlen sandige Böden in offenen Landschaften, die viele Sonnenlicht erhalten. Es trifft also alles auf diese Böden Amoanes auch zu. Der Anstieg der Getreidepollen in der Blütephase der Stadt kommt also nicht von ungefähr. Es gibt verschiedene Hinweise in Camarina, unter anderem ein Getreidedepot in einem verschütteten Wehrturm. Das ist hier rechts zu sehen. Und eine Inschrift auf einem Bleitäfelchen über einen Getreideankauf, die beide auf den Export von Getreide hinweisen. Für eine griechische Pollis aus Sizilien, das in der Antike als extrem fruchtbares Gebiet galt, ist ein Anbau rein zur Subsistenz ohnehin wenig plausibel. Verbinden wir nun alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem archäologischen Befund und der naturräumlichen Entwicklung, so scheint sich abzuzeichnen, dass das Gebiet um den Oanes die krisenhaften Ereignisse von 405 v. Chr., genauer die zeitweilige Zerstörung der Stadt durch Dipunya, noch abfahren konnte. Auch hier zeigen sich jedoch Einbrüche im Pollenbefund. Nach einer kurzen Erholung scheint das Tal ab dem dritten Jahrhundert schrittweise aufgegeben worden zu sein, was auf die Zerstörungszüge der Marmertiner und der Zerstörung des städtischen Zentrums durch die Römer im Jahr 258 v. Chr. zurückzuführen sein dürfte. Erst danach entwickelt sich das Gebiet nach Auskunft der Sedimente und der Pollen zu einem Sumpf, möglicherweise durch die Vernachlässigung der Bewässerungssysteme. Nehmen wir an, dass ein solches Schicksal auch die Landstriche am Iperis ereilt hat, so erscheint die Neubesiedlung der hinteren Korra für die späteren Phasen plausibel und folgerichtig. Die innere Korra mag durch Versumpfungen nicht mehr effizient zu bewirtschaften gewesen sein. Die beobachtete Siedlungsverlagerung von der inneren Korra in die äußere Korra könnte dem geschuldet worden sein. Denkbar ist allerdings auch, dass sich die Wirtschaftsweisen von der römischen zu griechischen Zeit änderten. Wird abschließend noch einmal die Frage nach nachhaltigem Verhalten der griechischen Siedler gestellt, lässt sich festhalten, dass die in Kamarina geschaffenen Landschaften so lange stabil waren, wie die Gesellschaft von äußeren Krisen verschont blieb und beispielsweise die Irrigationsnetze pflegen konnte. Dazu konnten verschiedene Strategien nachhaltigen Agierens angewandt werden, die sowohl für den Antiken als auch für den modernen Mittelmeerraum belegt sind. Hierzu zählt beispielsweise Düngung, die Anwendung von Brachen oder Vorratshaltung, die wir in Bellaccio deutlich erkannt haben. Auch Imkerei und Polykultur ist für Kamarina belegt. Es erscheint daher plausibel, von einem nachhaltigen Verhalten der Siedler auszugehen. Insofern die kulturellen Landschaften und die dazugehörige Gesellschaftsstruktur erst durch nicht zu kompensierende katastrophale Einflüsse von außen zu Fall gebracht wurde. Damit wäre ich jetzt mit meinem Teil durch. Ich weiß nicht, ob Herr Bergermann noch etwas anschließen will. Ja, wenn Sie also fragen, haben sich die Griechen nun, soweit wir das im archäologischen Befund sehen können, nachhaltig verhalten oder nicht, dann müssen wir mit einem klaren Ja und Nein antworten. Und es gibt natürlich auch noch andere Erklärungsmodelle, die in eine ganz andere Richtung gehen. Und das will ich Ihnen wenigstens ganz schnell noch andeuten. Wir haben hier in Kamarina eben auch römische Siedlungen untersucht. Hier ist eine größere Siedlung mit einer Nekropole dabei und Spuren von Mauern, viel Keramik. Und dort hat man in dem Befund der Geophysik tatsächlich kleine Straßen eines Dorfes, eines römischen Vikus feststellen können, wie man ihn in verschiedenen Gebieten von Sizilien kennt aus dem vierten, fünften Jahrhundert nach Christus oder auch noch später. Und was nun eigentlich interessant ist, dass neben diesem Vikus eine zweite Siedlung ist, in einem aufgelassenen, verwilderten Orangenhain. Und das Interessante ist nun, dass nach dem Keramikbefund der Vikus deutlich residenzielle Züge zeigt. Dort gibt es relativ viel Feinkeramik, Terrasigilata, während in dem anderen Teil so gut wie keine Terrasigilata vorhanden ist, sondern ganz überwiegend Dachziegel dort muss und Amphoren. Dort ist also gewirtschaftet worden. Es gibt einen Wirtschaftstrakt und einen Siedlungstrakt. Und das zeigt sich an immer mehr Stellen seit dem Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit. Dieses hier ist eine Siedlung in Zentralsizilien in der Provinz Enna bei Gerace, wo auch ein Siedlungstrakt ist. Und hier ein Granarium, also ein Depot für Getreide. Und entsprechende Befunde, ein Peristyl und ein Getreidelager findet man an verschiedenen Orten in Sizilien und sogar hier in Nordspanien in einer römischen Villa. Hier ein reicher Wohntrakt und hier ein Getreidespeicher. Ein spezialisiertes Gebäude mit zwei Teilen, einem hochgelegten Fußboden und verstärkten Wänden. Und derartige Dinge finden wir nun auch im nur Oberflächenbefund immer häufiger. Wir kehren noch mal ganz kurz zurück in das Hinterland von Aggregent, wo wir nun an einem Fundplatz genau diese Distinktion zwischen Residenziellem und Wirtschaftsteil in zwei Bereichen, der Residenzielle hier schwarz, der Wirtschaftsteil rot, festgestellt haben. Und bei den Untersuchungen mit den geomagnetischen Instrumenten haben sich tatsächlich solche Strukturen links einer Villa Rustica rechts eines Getreidespeichers gezeigt. Das heißt, es gibt eine Tendenz zur Spezialisierung. Das hatte Herr Rempe schon angedeutet in der Landwirtschaft. Und dieses sind natürlich Dinge, die neben den natürlichen und Umweltfaktoren die Befunde in der Archäologie beeinflussen und die Interpretation schwierig machen, aber zugleich eben auch zeigen, wie komplex die Verhältnisse gewesen sind zwischen Natur und Kultur und zwischen natürlicher Umwelt und anthropogenen Faktoren. Damit will ich schließen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.